Moin Leute, was geht, Raik hier. Bevor das ganze Video jetzt hier losgeht, möchte ich euch nochmal ganz kurz sagen, um was es hier überhaupt geht. Es geht um ein Gewinnspiel, was ich mitgemacht habe, von einem Streamer auf Twitch. Auf jeden Fall korrekte Sache, was er gemacht hat, ich verlinke ihn euch nochmal unten in der Beschreibung. Und mir ging es halt darum, dass man, wenn man ausgelost wird im Chat, dass man gegen einen 1 gegen 1 spielen kann. Und somit dann sich eine Kiste aussuchen kann, 1, 2 oder 3 von den Championkisten. Und wie das Zufall so wollte, habe ich dann auch in der Verlosung im Chat vom Twitch-Stream gewonnen. Habe ihn dann geedit über Steam und dann hat er mich entweitet. Dann haben wir einen 1 gegen 1 gespielt. Ich habe ihn dann auch abgezogen, also ich habe dann gegen ihn gewonnen. Und das seht ihr natürlich auch gleich nochmal im Gameplay. Dann zumindest hatte ich halt die Chance, mir eine Kiste auszusuchen. Ich habe die 3er Kiste genommen, die hat er mir dann auch geöffnet. Also ich musste jetzt keinen Key oder sowas ausgeben, das hat er natürlich alles für mich gemacht. Und ich meine, ein Key kostet 2 Euro, deswegen auch wirklich eine richtig geile Sache, dass er es überhaupt gemacht hat. Und das hat er, weiß ich nicht wie, bei vielen Leuten gemacht, glaube ich 20 Leuten oder so. Und ja, dann habe ich, finde ich, was Geiles rausbekommen. Einige werden natürlich denken, dass es jetzt Müll, aber ich bin echt stolz darauf, das bekommen zu haben, weil es ist schon mal richtig geil, eigentlich sowas mal zu bekommen. Also sowas Animiertes, sage ich euch schon mal. Also es ist was Bewegendes. Und ja, das Ganze für das Auto namens Takumi. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich will euch nämlich nicht zu viel verraten. Also haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.